Guten Abend miteinander. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wie wir im Nu einen vielfältigen Salatteller auf den Tisch zaubern. Mit diesen verschiedenen Midi-Beutelsalaten von Coop. Und mit einer besonderen Salatsauce, den Torina Delis. Die Torina Delis ist eine ganz leichte und delikate French Salatsauce, die sich für jeden Tag und für jeden Salat eignet. Besonders delikat ist die Torina Delis, weil sie fix fertig und fein gewürzt ist und besonders leicht, weil sie aus reinem Torina Sonnenblumenöl hergestellt ist. Darum hat die Torina Delis zwei bis dreimal weniger Kalorie als eine normale, hausgemachte Salatsauce. Und so einfach gibt es dann aus dem Midi-Beutelsalat und der Torina Delis einen herrlichen Salatteller ohne lange Vorbereitung. Einfach einen Midi-Salat direkt aus dem Beutel, Torina Delis dazu, anrichten und fertig. Und das aktuelle Frischgemüse sind jetzt natürlich Tomaten. Profitieren Sie jetzt vom günstigen Coopangebot. Haben Sie gewusst, dass Tomaten neben vielen anderen Nährstoffen viel Vitamin C enthalten? Sogar mehr als der Kopfsalat und nur 18 Kalorien per 100 Gramm oder 75 Joule. Und Tomaten sollten Sie nie im Kühlschrank lagern, weil sie nämlich schon bei 12 Grad über 0 wertvolle Substanzen verlieren. Noch ein gesunder Tipp gegen den grossen Durst. Die natureinen Fruchtsäfte von Coop in diesen handlichen und platzsparenden Packungen, die man auch gut zum Picknick mitnehmen kann. Die Fruchtsäfte von Coop sind 100% naturrein und garantiert unzuckert. Darum haben Sie immer ein fruchtiges und von Natur aus kaloriennahmes Getränk. Ich habe noch eine Mitteilung von unseren Freunden im Raum Basel. Nächste Woche findet dort für alle Kinder die traditionelle Soli-Woche des Coop statt. So, das wäre es gewesen. Auf Wiedersehen miteinander. Bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop. Saugus-Fruchtgaramells statt 3,70 für nur 2.95 Franken. Drei Dosen Mondial-Ananas statt 2,40 nur 1,80 Franken. Ein Flacon Beldam-Shampoo in drei Sorten für nur 1,50 Franken. Und Johnson's Baby-Shampoo kostet statt 3,20 nur 2.20 Franken. 500 Gramm Coop-Bohnen-Café Excelento kostet statt 5,90 nur 5 Franken. Und 250 Gramm statt 3,20 nur 2,70 Franken. Und 250 Gramm Bonsoir statt 3,20 nur 2,80 Franken. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 2 Liter Sonnenblumenöl Sonina statt 7,50 für nur 5,75 Franken. Und als aktueller Preisschlager das Triopack Einwegrasierer-Gilet-Handy für nur 85 Franken. Auf Wiedersehen. 100 MDRaus 1 2 1 4